Einige verwandeln sich, um den Jahreszeiten zu trotzen. Andere, um die Welt zu retten. Einige, um unbesiegbar zu sein. Und manche, um zu Helden zu werden. Wir bei Schaeffler wandeln uns, um die Zukunft zu gestalten. Sie sind nicht nur in Bewegung, sondern in voller Fahrt. Und das nicht erst seit gestern. Denn Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Mit Neugier für das, was kommt. 4.0 ist schließlich nicht nur eine Zahl, sondern die größte Revolution der Industriegeschichte. Die Mobilität wird elektrisch, vernetzt und autonom. Genau wie die Welt der Produktion. Eine Herausforderung, die wir längst angenommen haben. Denn das ist in unserer DNA. Dort, wo Tradition und Tatendrang sich beflügeln. Unser Team wird immer stärker und bleibt fokussiert. Denn nur wer sein Ziel kennt, findet auch den Weg. Mit langem Atem. Denn wir wollen nachhaltige Werte schaffen. Schließlich sind wir nicht nur Global Player, sondern auch Familie. Wir sind mitten in der Transformation Richtung Zukunft. Finden Lösungen für intelligente Fabriken. Für eine Welt der vernetzten Maschinen. Und für die digitale Verzahnung von Prozessen. Wir verwandeln uns vom Teile-Zulieferer zum Entwickler von intelligenten Gesamtsystemen. Bauen E-Achsen und Hybrid-Module. Sind Visionäre mit modernsten Mobilitätsideen. Und Strategen der Industrie 4.0. Mit einzigartigen Schlüsselkompetenzen und System-Do-How. Ja, wir wandeln uns. Das liegt schließlich in der Natur der Menschheit. Doch eins bleiben wir ganz bestimmt. Ein verlässlicher Partner für unsere Kunden. Berlin. Kantsize. 務 4.0. Kommunikation. Jawab der Grund. Bever butteten.